so guten morgen heute ist mitkampftag noch ein paar stunden dann geht es auf die bühne wie ihr sehen könnt ist alles so nachts hat sich noch ein bisschen was getan was ist noch bis draus passt ganz gut somit kann es losgehen in sieben acht stunden neun stunden sind wir auf der bühne das ganze ganz gut passen also ich melde mich gegen spieler